boom von tropic ich würde sagen hier das name programm eine mega geile batterie mit mega ausbreitung einem richtig geilen abschuss und ja für 342 gramm ist es wirklich ein hammer teil 24 schuss mega cool top teil kann es wirklich nur jedem empfehlen schaut euch an macht euch selber ein bild davon und dann haut einfach mal kommentar in die kommentare wie ihr das teil so findet ob ihr euch das auch kaufen würdet ja viel spaß dabei pyros haut rein so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.